Da geht er in die Ausgangsposition, ganz langsam, ganz locker, ganz lässig, um so etwas zu nehmen. Los geht's! Und... Gas, 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 Gas! Wow! Es wird aufgelopft, wenn die Farbe nicht frei gehen und ab geht's! Gas, 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 Gas! Und einmal! Die Farbe ist freigegeben, los geht's! Ganz locker, ganz lässig, versucht er hier, zwischen unseren zwei Herrschaften, in der Mitte hin, durchzufangen. Sein Fahrzeug ist so... Mach nicht nach, mach nicht nach! Du kommst ja hier! Du kommst ja hier! Wow! Das ist geil! Die ziehen weg und ich... Die zündet das auch nicht gut! 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 So, aufgewacht! Das Feuer wird gezündet! Und schauen Sie noch einmal genauer! Es wird noch viel, viel größer! Hör mal! Hör mal! Tuck mal mal alle riesigen, dummere Applaus hier! Für unseren Feuer-Experten! Das ist leider bloß! Der Mann! Ich stelle sich als allererstes einmal bei Ihnen vor! Willkommen, willkommen Sonnenschein! Wir packen unsere sieben Sachen in die Fliegereien! Ja, alle Damen, willkommen! Wir kommen, machen wir schnell ein! Nein, für die Insel, Sommer, Sonne, Strand und zärtlich frei! Ich glaube, wir müssen näher noch einmal sein! Publikum! Die Sonne entgegen, was wir geben bei Ihnen geben! Und dann mit Ihnen nichts erleben! Jetzt kommt das Wippen an! Ich schätze den Tag, ich sag ab! Geh die Party und die Party geht ab! Und wenn ich sag... Super! Auf geht's mit nun vier Jahren raus zum Planerfahren! Zum 1... 2... 3... 4... 3... Super! Und ab für die Rappe! So, hat euch das gefallen? Ja! Nehmt ihr doch mehr! Dann geht ihr dann noch einmal in die Ausgangsposition! Oh nein! So, dann geht ihr dann noch einmal in die Ausgangsposition! So, und das Ganze noch einmal in die Ausgangsposition! So, und das Ganze noch einmal in die Ausgangsposition! Und das Ganze noch einmal in die Ausgangsposition! Und das Ganze noch einmal in die Ausgangsposition! Dann geht ihr noch einmal in die Ausgangsposition! Und das Ganze steht! Wow! Aufgeworst. Die Fahrwelle ist freigegeben. Das Startzeichen steht. Gas, 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 Gas. Und aufbrennen. Super! Wollt ihr das nochmal sehen? Dann gehen wir nochmal zurück zur Ausgangsposition. Und aufbrennen. Und los geht's. Gas, 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 Gas. Und aufbrennen. Und durch das brennende Feuer fährt. So, Joy, bist du bereit? Passt schon. Steht das Startzeichen steht. Daumen nach oben. Dann aufbrennen. Das Feuer wird gezündet. Die Fahrwelle ist freigegeben. Los geht's. Schauen Sie mal wie ein Profi den Kopf nach unten. Super! Spann in die Mitte und hol dir deinen wohlverdienten Applaus. Das hast du heute wieder. Wir haben wieder hinhochen. Das ist doch Alex, ey. Komm, setz doch mal hin. Was bringt jetzt da rüber? Das ist doch geil, Alter. Das ist echt so geil, Alter. Ja, Alter. Das ist aber able, Alter. Das sind ja auch, Alter. Das ist aber super自由. Was ist da, was war es? Das war ein bisschen, Alter. Ja, das ist so geil, Alter. 평 Ja, das ist genau. Das war eine Karte, Alter. Das ist so geil, Alter. Das ist so geil. es hier die stopp. 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 sag mal Jowanni, was ist denn heute komm?! Jetzt geht's los, wie ein Favorit für einen lieben Augenblick bei Kerstin. Wow, das ist von Marina, wer ist mehr? Mann! Okay schon, wenn du da bist! Liebe Personen! Eine Person voneinander im Abstand von ca. 5 Personen. Also heißt es jetzt einmal fein, 5 Personen zu absolvieren. Die Fahrman nicht frei in die Wohnung der Startzeiten. Dann verliebt man auf Abstrung! Wow! Super! Wollt ihr noch mehr? Ja! Wir stecken das Ganze aus 10 Personen. Zwei Personen vor der Rampsteine. Die Fahrbahn ist beigegeben. Das Startfeinchen steht. Da geht er in die Ausgangsposition. Ich lache mich hier mit runter. Ich lache mich hier mit runter. Ich lache mich hier mit runter. Zehn Personen vor der Fahrbahn. Und boom! Wow! Wollt ihr noch mehr? Wollt ihr noch mehr? Verspiss dich! Ich lache mich! Ich lache mich nicht! Und hier los geht! Wow! Und Triffen? Jajajajajajaj! Das wird lieb. Mein Bracho ist zu schlechig, bei mir auch und. Sehr kass! Sehr kass! Der Schlagabschlag weiter mit der Unterarbeitung für den ersten spektakulären Autohüberschlag hier heute Nachmittag. Den ersten spektakulären Autohüberschlag für die Physik-Dürmerin und Zahres-Dürmerin ist lediglich gesichert mit einem höherkönlichen Anschnallgurt, so wie jeder Kind, so wie jeder Pkw hat. Das ist der zweite Fahrer, er ist am Anfang Auto. Aufpassen! Wie schaut's aus? Da, ist der soweit? Super! Eine Frage an die Zuschauer. Seid ihr alle bereit für den ersten spektakulären Autohüberschlag? Dann los geht's! Die Fahrmann ist freigegeben. Das Startzeichen steht für den ersten spektakulären Autohüberschlag hier heute Nachmittag. Das Startzeichen steht für den ersten spektakulären Autohüberschlag. 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 Das Startzeichen ist für den ersten pre risque. Das Startzeichen steht für den ersten spektakulären Autohüberschlag. sau으면. sein Quatsch in der Schräglage auf nur zwei Regern drauf. Wir sind auch in den Frauen der Länder. Super! Woh, der so war sich! Boah, das ist Rottensleif. Ganz zu locker, ganz zu nett. Meistert er hier seine Fuhren. Erst applaudieren, dass wir ein Zeichen haben, wenn mit unserem Fahrer alles in Ordnung ist. Und ich möchte Sie bitten, bitte haltet die Kinder jetzt fest an der Hand, auch wenn es nicht ihre eigenen sind, so dass sie sich nicht erschrecken. Alex, gib mir deine Hand, es passiert wirklich nichts. Es passiert auch nichts. Doch, hoffentlich. Doch, hoffentlich. Ich weiß nicht. Doch, und so? Markus, bin ich nicht schlippig. Ich weiß nicht, dass ich mich schon particle schläft. Ich weiß nicht, dass ich mich schon irgendwas schläft. Am Rhein! So, alles aufgerast! Eine Frage an die Zuschauer. Seid ihr alle bereit? Und den Verschlag? Der Laufgebot-Siegfahrer ist freigegeben. Das Startzeichen steht. Los geht's! Als allererstes meldet er einmal seine Geschwindigkeit, in seinem Tempo aus und holt sich natürlich noch sein wohlfühliges Vorschuss. Applaus! Ja, ich liebe mich! Letzte Anweisung, den vom Schöpfer hat! Wo ist die Autos, Zeitung und Halle? Es wird die Verlärmte Gruppe 11 fahren, ne? Es wird die Verlärmte. Es wird die Verlärmte. Halte, wie schaut's aus? Was ist Luft, Marie? Die Kurve! Er geht noch einmal für Sie in eine andere Ausgangsposition. Wie gesagt, hier sind Sie live dabei. Hier ist nichts geschnitten. So, das ist die Verlärmte. Ich hab jetzt gezeigt, wenn wir es auch sehen. Ecki, ich mach ein Video. Wir sind eine Live-Veranstaltung. Unser Cheffahrer hat jetzt gerade beschlossen, es geht nicht, er kommt nicht gerade um die Kurve. Es wäre viel zu gefährlich. Er präsentiert ihm noch einmal hintereinander drei, vier kleine Überschläge wie im ersten Teil. Sie müssen uns verstehen, die Sicherheit ist hier bei einer Live-Veranstaltung die Nummer eins. Deswegen geben Sie ihm trotzdem noch einmal einen riesigen Applaus. Und natürlich, das Ganze ist zu besichtigen. Im Internet, da hat sich Giovanni González im letzten Jahr elfmal mit so einem PKW überschlagen. Sie müssen einfach eingeben, Monster-Drag-Show-Hack. Wenn Sie eingeben, Monster-Drag-Show-Hack, kommt Giovanni González. Können Sie sich im Internet anschauen, den elffachen Autoüberschlag. Trotzdem geben Sie ihm noch einen Applaus. Es geht nicht. Die Sicherheit steht aber auch für uns an erster Stelle. So, aufgeworfen, los geht's! Der Marathon-Yes-Auto überschlag! Los geht's! Wir wollen was sehen! Und ab geht's! 1, 2, 3, 4! Wow! Das ist doch nur einer! Woher geht das mehr? 1, 2, 3, 4! Wo ich noch einer war! Dann aufgeworfen! Dann geht er nochmal zurück zur Ausgangsposition! 1, 2, 3, 4! Jetzt resistieren Sie ihn einmal das arrogante Abschleppverfahren! 1, 2, 3, 4! Obwohl es nur einer war! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4!